Ich bin Oliver Rath. Ich bin Fotograf. Ich bin, würde ich sagen, wie so eine Art Spiegel der Gesellschaft und auf jeden Fall ein Suchender. Also ich probiere voll gern aus und will mich da auch nicht ausbremsen lassen. In erster Linie inspiriert mich hier dieser Druck der Stadt, dieses Energiefeld, was Berlin hat, was man wirklich erst spürt, wenn man hier ist. Das sieht man nicht auf einer Ansichtskarte. Ich habe extra die Modelle so ausgesucht, weil sie für mich die Frechheit auch von Berlin verkörpern, dieses keine Angst vor nichts haben. Einfach, hey, mit mir doch wurscht, weißt du? Ich fand ganz toll das Thema für Adidas Originals, die Schnauze mit Herz, ich fall für dich, aus dem Love Letter. Schnauze stimmt absolut, das weiß jeder, der hier mal zum Bäcker gegangen ist. Aber auch dieses Fallenlassen und Berlin auch liebhaben, so wie die Stadt halt ist, sie ist einfach schmutzig, dirty, rough, rugged and raw. Und gerade dieses Thema, ich fall für dich, will ich absolut visualisieren, indem ich die Leute hier auf dieser Höhe nicht suizidmäßig fallen lassen werde, sondern einfach, dass sie sich fallen lassen, dass sie sich vielleicht auch mal eine Minute für sich nehmen und nicht ihr Handy in der Hand haben, sondern einfach nur frei sein wollen in diesem einen Moment. Berlin verkörpert für mich Freiheit pur. Wer das noch nicht gespürt hat, den will ich wenigstens auf Foto zeigen. Ich habe sogar tätowiert hier in Berlin, Fitkran. Ich freue mich, wenn ich dann vor dem riesen Poster stehe, was wir aufplotten und mir das in echt angucken kann. Meiner Meinung nach sollte die ganze Stadt immer voll sein mit Bildern, dass man was zu entdecken hat. Wirklichkeit rauszig, wirklich. Wirklichkeit rauszurzen. Wirklichkeit rausge嗎?